In der CDU-Fraktion ist der Kollege Ralf Brinkhaus. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben hier im Januar 2015 eine Aktuelle Stunde gehabt, als das Jahr 2014 abgerechnet worden ist und im Jahr 2014 erstmals seit sehr, sehr langer Zeit ein ausgeglichener Haushalt realisiert worden ist. Und das heißt, niemand im Deutschen Bundestag, der sich daran erinnern konnte, dass so etwas schon mal während seiner aktiven Zeit vorgekommen ist. Das war etwas ganz Spezielles. Und wir haben uns dementsprechend auch gefreut. Und wir haben es geschafft, das fortzusetzen im Jahr 2015, im Jahr 2016 und jetzt im Jahr 2017. Und wir haben das geschafft, obwohl wir, da haben mehrere Vorredner darauf hingewiesen, viele Herausforderungen zu bewältigen hatten, zum Beispiel im Bereich Migration, obwohl wir mehr Geld für innere Sicherheit ausgegeben haben, für äußere Sicherheit, wo wir mehr investiert haben, obwohl mehr Geld in die Bildung geflossen ist, obwohl wir mehr Geld an die Kommunen, Klammer auf gerne, Klammer zu, und an die Länder, Klammer auf weniger gerne, Klammer zu, gegeben haben. Und obwohl wir viele Dinge gemacht haben, die der Kollege Kahrs im besseren Teil seiner Rede so eindrucksvoll erläutert hat. Und insofern können wir sehr, sehr stolz darauf sein, was wir geschafft haben. Und wenn man sich einfach mal umschaut, wie es in anderen Ländern dieser Erde funktioniert, dann ist das schon was ganz Besonderes, was wir hier und heute beschließen, wieder mal beschließen. Und das sollten wir auch durchaus würdigen. Ein guter Haushalt, ein nachhaltig guter Haushalt ist immer auch ein Spiegel dessen, was in der Gesellschaft, was im Land abläuft. Und im Gegensatz zur Opposition bin ich der Meinung, dass vieles sehr, sehr gut in diesem Land läuft. Wir haben Beschäftigungszahlen, von denen wir vor zehn Jahren geträumt hätten, übrigens verbunden mit realen Lohnerhöhungen. Wir haben reale Rentensteigerungen. Wir haben in vielen, vielen Bereichen, insbesondere auch im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, Verbesserungen erzielt, viel, viel Geld investiert. Wir haben Verbesserungen im Gesundheitssystem, im Pflegebereich erzielt. Vieles, vieles ist gut geworden. Natürlich nicht alles, aber vieles, vieles ist gut geworden in diesem Land. Und das ist eine großartige Gemeinschaftsleistung von der Politik. Ja, auch von der Politik. Ja, auch von den etablierten Parteien, die das seit 70 Jahren hier am Laufen halten. Das ist aber auch eine Leistung der Menschen in der Verwaltung, in den Unternehmen, der Arbeitgeber, aber auch ganz besonders der Arbeitnehmer. Das ist eine Leistung des Ehrenamtes, aber das ist auch eine Leistung, und darüber reden wir auch zu wenig, die sehr, sehr viel in den Familien erbracht wird, meine Damen und Herren. Aber es ist nicht nur unsere eigene Leistung. Denn wenn die gleichen Politiker, die gleichen Beamten, die gleichen Unternehmer, die gleichen Arbeitnehmer und die gleichen Ehrenamtler das gleiche Engagement, die gleiche Mühe und den gleichen Schweiß nicht in der Mitte von Europa in die Sache gesteckt hätten, sondern in Afrika oder in anderen Teilen der Erde, dann wäre da weitaus weniger bei rausgekommen. Und deswegen sollten wir uns immer vor Augen halten, dass es nicht nur unsere eigene Leistung ist, dass wir so gut dastehen, sondern dass es auch ein ganz großes Glück ist. Ein ganz großes Glück. Und vielleicht sollten wir auch mal innehalten, gerade bei so einer Haushaltswoche und ein bisschen über dieses große Glück nachdenken und vielleicht auch mal ein bisschen darüber nachdenken, dass wir sehr, sehr viel Anlass haben, auch fröhlich und dankbar zu sein über das, was wir hier heute beschließen. Und meine Damen und Herren von der Opposition, wenn eine Schulklasse zu mir kommt, dann erkläre ich denen immer wieder, dass es ihr Job ist, dass sie dafür bezahlt werden, dann egal, wie gut es läuft in diesem Land, die Regierung zu kritisieren. Das gehört zu einer Demokratie dazu. Aber vielleicht wäre es an der einen oder anderen Stelle auch gut, ein wenig mehr Maß und Mitte bei ihrer Argumentation zu finden und nicht alle schlecht zu reden, sondern auch vielleicht mal die Dinge darzustellen, die gut laufen. Ich denke mal, ein bisschen mehr Dankbarkeit wird uns an der Stelle auch gut tun, meine Damen und Herren. Aber wir sollten aufgrund unserer guten Leistungen, aufgrund des Glücks, was wir gehabt haben, nicht übermütig werden, sondern wir müssen mit viel Respekt, und der Bundesfinanzminister hat darauf hingewiesen, auf die Herausforderungen, auch reagieren, die in der Zukunft vor uns liegen. Und das ist nicht nur innere Sicherheit, wo wir viel Geld für ausgeben müssen, nicht nur äußere Sicherheit, das ist insbesondere auch Migration. Und wenn wir was gegen ungezügelte Migration tun wollen, dann müssen wir auch vor Ort anfangen. Dann müssen wir Fluchtursachen vermeiden. Dann müssen wir ja auch Deals abschließen, wie mit der Türkei. Und das wird nicht der letzte Deal sein, sondern das wird auch mit anderen Ländern erfolgen müssen. Und wir müssen was von unserem Reichtum abgeben. Und das bedeutet, dass wir haushalterische Belastungen haben. Und deswegen besteht da auch kein Anlass, in irgendeiner Art und Weise jetzt das Geld mit dem Füllhorn auszuschütten. Und ich weise auf noch eine Sache hin. Momentan läuft die Wirtschaft gut. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn die Wirtschaft nicht mehr gut läuft, ist der Bund dreimal dabei. Einmal durch geringere Steuereinnahmen, durch die Notwendigkeit, die Sozialversicherungssysteme zu stabilisieren und durch die Notwendigkeit, konjunkturelle Anreize zu setzen. Und die Wirtschaft, meine Damen und Herren, steht vor dem wahrscheinlich größten Umbruch der Nachkriegsgeschichte. Das ist nicht nur die Digitalisierung, das ist nicht nur die E-Mobilität für unsere Autoindustrie, das ist auch 3D-Druck und das sind ganz viele andere Sachen. Und dementsprechend tun wir gut daran, dass wir unsere Haushalte heute nicht auf Kante nähen, sondern dass wir uns Reserven lassen, Reserven, die wir nutzen können, wenn es denn notwendig ist und wenn das Land diese Reserven braucht. Und das sollte uns bei allen Haushaltsberatungen, bei allen Ausgabenwünschen mehr leiten, als vielleicht die gute Einnahmesituation, die wir momentan haben. Respekt vor der Aufgabe, aber auch Respekt vor den kommenden Generationen. Das ist heute noch gar nicht angesprochen worden. Wir haben die Situation, dass wir momentan Geschäfte zu Lasten Dritter machen, nämlich Geschäfte zu Lasten der kommenden Generationen. Und das gilt insbesondere bei der Rentendiskussion, die wir ja auch diese Woche wieder an der einen oder anderen Stelle aufnehmen werden. Und in dieser Rentendiskussion, da muss man Folgendes sagen. Wir haben viel im Bereich der Rente gemacht, ob es nun gut oder schlecht war, aber es war auf alle Fälle teuer. Das war nicht nur der zusätzliche Mütterrentenpunkt, das war die Rente mit 63. Das waren notwendige Verbesserungen im Bereich der Erwerbsminderung, im Bereich der Reha. Und das ist auch die Flexirente, die ich ausdrücklich für gut heiße. Wir diskutieren jetzt aber noch um weitere Belastungen, um Rentenuntergrenzen, um Lebensleistungsgrenzen, um noch weitere Verbesserungen im Bereich der Erwerbsminderung, um Ost-West-Angleichungen und um viele andere Sachen. Und das können wir auch machen, wenn diese Generation das bezahlt. Aber das können wir nicht machen, wenn wir sagen, das muss die nächste Generation bezahlen. Und egal, ob wir Zuwanderung haben oder nicht, die nächste Generation werden weniger sein, die im Erwerbsleben stehen. Das heißt, die Schultern, die das tragen müssen, die werden schmaler werden. Und ich habe das hier an dieser Stelle schon mal gesagt, ich halte es für nahezu unverantwortlich, dass wir die Spielräume für diejenigen, die hier in 20, 30 Jahren sitzen, durch unsere heutigen Beschlüsse, insbesondere im Bereich der Sozialversicherungssysteme, einschränken. Weil eins ist richtig, diese Generation, die hier in 20 oder 30 Jahren sitzt, wird auch ihre Herausforderungen haben. Die wird unsere Herausforderungen im Bereich Migration, im Bereich Klima, und das ist auch zu Recht angesprochen worden, meistern müssen. Aber die wird neue Herausforderungen haben, von denen wir heute noch überhaupt nichts wissen. Und dementsprechend ist mein dringender Appell, dass wir in den anstehenden Beratungen, in der Formulierung der Wahlkampfprogramme, insbesondere im Bereich Rente und Sozialversicherung, immer im Hinterkopf haben, dass es eine kommende Generation gibt, die das Ganze bezahlen muss. Und dass wir eine größere Verantwortung für diese kommende Generation haben, als für diese Generation. Und das sollte uns an der Stelle leiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe von Dankbarkeit gesprochen, ich habe von Respekt gesprochen, aber ich möchte auch von Optimismus sprechen. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, die sind von meinen Vorrednern skizziert worden, ob das jetzt nun der Bereich Klima ist, Migration, innere und äußere Sicherheit und all die anderen Dinge. Aber ich glaube mal, wir sind stark genug, hier in Deutschland, um diesen Herausforderungen auch etwas entgegenzusetzen. Wir haben hier seit nunmehr fast 70 Jahren, wir feiern jetzt die ersten Jubiläen der Bundesländer, ein politisches System, was es immer geschafft hat, auf die entsprechenden Herausforderungen am Ende eine gute Antwort zu finden. Ein politisches System, was im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wie beispielsweise in den Vereinigten Staaten, zwar langsam ist, mühsam ist, aber was es immer geschafft hat, einen breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen, zumindest zwischen den großen, und ich sage das noch mal, momentan so verpöten etablierten Parteien, und das ist ein unglaublich großer Wert, den wir in diesem Land haben, dass es Parteien gibt, die miteinander reden können, die streiten können, aber die es dann auch schaffen, in irgendeiner Art und Weise, trotz gegenseitiger Meinung, einen Konsens hinzukriegen. Es wäre in vielen Ländern dieser Welt nicht möglich, eine große Koalition zu haben. Das ist in Deutschland möglich, und das ist ein ganz großer Wert in unserer Politik. Es ist aber auch so, dass es nicht nur das politische System ist. Das wäre eigentlich ein schöner Schlusssatz gewesen, Herr Schreiberhausen. Es ist so, dass es auch die Menschen in diesem Land sind, die unglaublich leistungsstark sind. Es ist so, dass die Wirtschaft in diesem Land leistungsstark ist, mit den Familienunternehmen, mit der Innovationskraft, mit den gut ausgebildeten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und wenn ich mir das alles mal zusammensetze, unser gesellschaftliches System, unser Zusammenhalt, unsere Leistungsbereiche motivierten Menschen, die im Ehrenamt und auch sonst wo engagiert sind, und unsere gute Wirtschaft, dann sollten wir nicht nur dankbar sein, dann sollten wir nicht nur Respekt vor den kommenden Aufgaben haben, sondern dann sollten wir auch zuversichtlich und optimistisch sein, dass wir auch für das nächste Jahr hoffentlich in einer guten Koalition, sicher mit uns in einer Koalition, einen guten Haushalt vorlegen werden. Dankeschön. Applaus 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 Applaus